Musik Jetzt sind wir auf dem wunderschönen Stephansplatz mit einem tollen Rad und einem wunderschönen Model. Warum, was machst du da? Ich bin hier im Auftrag von Lieferando, weil Lieferando hat eine ganz, ganz großartige Aktion, für die sie ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Und zwar gibt es die Originalkostüme von Katy Perry aus dem Werbespot für Lieferando zu gewinnen. Und um das zu gewinnen, muss man sich Gewinnlose kaufen. Und der reine Erlös von diesen Gewinnlosen geht an World Central Kitchen. Und die stellen Mahlzeiten zur Verfügung in Krisengebieten. Und deshalb dieses auffällige Outfit, damit die Leute hinschauen und das mitkriegen und wir die Aufmerksamkeit für diese tolle Aktion kriegen. Und da stellt man sich natürlich gerne in den Dienst der guten Sache. So ist es. Also ich bin froh, wenn ich mich aufdonnern kann und aufsehenerregend herumlaufen kann. Auch als glamouröser Taco mache ich mich, glaube ich, ganz gut. Und wenn man da auch noch was Gutes tun kann, dann ist das ja herrlich. Als Taco bei den Außentemperaturen, wie geht es da? Naja, ich werde gebacken. Von innen und außen. Das heißt, man kann nur anraten, jeder soll sich an dieser Aktion beteiligen. Je mehr, desto besser. So ist es. Also je mehr Leute da mitmachen, desto mehr Cash kommt zusammen für World Central Kitchen. Und das ist natürlich großartig, weil es gibt eh derzeit sehr viele Dinge in der Welt, die ganz einfach nicht so lustig und glamourös sind, wie das, was ich hier mache. Und da ein bisschen zu helfen ist sicherlich gut und eine schöne Sache. Schön, wir dürfen dich noch ein bisschen begräden. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.